Hallo und herzlich willkommen zu dem Jumpy-Part, das ist ein dummes Darm. Donnerstag und am Freitag auskommen. Und ich nehme an Dienstag auf. Oh, egal, ist jetzt egal, ist zu spät. Und mal wieder mit Shadow hier. Dieses Mal, ja, mit Jump. Oha, ich bin 17. Okay, ich habe herausgefunden, man kann durch diese Dinger durchgreifen. Jetzt bin ich Platz 13, bei mir bin ich ja der erste. Als ob du erste bist, hier sind voll viele 15er dabei. Nein, 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 Guardian, Guardian! Guardian verkackt diese scheiß Sprunge hier, die ganz leichten Sprunge verkackt Guardian. Jetzt bin ich 18. Ich mache das Jumpy hier das erste Mal. Ey, ich bin, ich bin letzter. Ich bin letzter, letzter, letzter. Ich bin zwölfte, bitte. Nein, jetzt bin ich auf jeden Fall nicht überletzt, weil ich durch die Fahne reite. Jetzt bin ich vier Plätze vorgerückt. Ich bin elftes, breitzeig. Oh, Mann. Ja, ey, ja, ich weiß, bei mir gerade auch, ich bin hier auch hängen geblieben. Du bist hier. Das ist dumm, ich weiß. Das ist mega kompliziert. Ich weiß. Ich weiß. Aber ich überhole eh niemanden mehr. Also, Guardian, also Shadow ist ja, ich sag, habe ich auch in der Folge gesagt, ne? Tja. Guardian. Oh, Mann. Also, ich bin jetzt einen Platz vorgekommen. Ich bin einen einzigen Platz vorgekommen. Ich kann auf jeden Fall niemanden mehr einholen. Wie viel da bist du? Platz 13 mit Level 10 noch mehr. Aber ich habe ja auch Level 4. Und du hast ja vorhin gesehen, auf YouTube, du hast ja das bessere Ausrüstung auch an. Dann hast du jetzt auch ungefähr so schnell bist wie ich. Aber ich bin auch Level 4. Also, du Level 9. Ich kenne ja auch richtig gute Abkürzungen, aber... Ich habe 2 überholt. Ich bin Platz 13. Ich bin Platz 11. Jetzt bin ich eben noch Platz 11. Ich habe gedacht, ich habe ja hier zufrieden. Ey, ihr seid direkt vor mir. Oh, hau, blöd ist es. Nein, die ersten drei sind im Ziel. Ich kann nicht mal für die Ziele frei kommen. Und ich bleib hier hängen. Die reitet da einfach durch. Die sind in unserer Gruppe und reitet einfach durch die Hindernisse durch. Ja, das ist ein paar. Ich habe mich auch. Anna, wieviel du bist? Dreizehnte. Zwölfte. Die reiten einfach ganz woanders lang. Es gibt Abkürzungen. Wieviel bist du? Zwölf. Wie backt die Anzeige voll? Ja, ich bin 13. Mein dummes Pferd hält an. Ey, ich bin bei diesem... Ich packe es eh nicht mehr ins Ziel. Also wird das Jumpy eh wahrscheinlich nicht onkommen. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 3... druck ein bisschen access auto motor an rechtens dina pappel hall an 15 zene billig an den vierten karl eis und eis hunter an den dreizehn mich bin als letztes ins ziel gekommen also 13 die letzte waren im ziel an den zweiten kater saskia an den elf nina soft lake an den zehnten medina night peak an den neuen bridget spider jord an den achten lady sky lee an den sieben annett sascha schiefärter und den sechsten albis berlhaut an fünften alvia fasthauer an den vierten lera diamond will an einen sechsten mit einem dritten platz ever night ist da an den zweiten valentina riverbrook ein sehr sehr herzlichen und einen ersten platz an den gewinner an die agra bella als die die ist sehr für uns die gekommen und hier an dieser stelle sage ich bis zum nächsten champi part